Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie ist zurück! Die Mörderin ist wieder zurück! Du musst dich für mich erinnern. Die Leute sagen, dass sie einen Jungen umgebracht haben sollen. Wo bist du von hier aus hingegangen? Ich hab in London, in Mailand und in Paris gearbeitet. Ich glaub, du bist wegen einer von diesen zwei Sachen hier. Rache oder meinetwegen? Gertrude Pratt. Samstagabend ist Tanz. Ein Kleid kann gar nichts verändern. Pass auf und lerne, Gert. Pass auf und lerne. Ich kann dich zum atemberaubendsten Mädchen des ganzen Abends machen. Zieh dich aus, mal los. Eine Mörderin und eine Lesbe. Grandios. Du kannst die Menschen verändern. Nutze es. Tilli Danitz? Ich erinnere mich an diesen Tag. Sie hat es mit angesehen. Sie hat ihn ermordet! Sie hat ihn verflucht! Ich konnte es nicht gewesen sein. Das sind Lügen! Sie werden mir den Tod dieses Jungen niemals vergeben. Du bist so gut für die. Halten Sie sie auf, verhassten Sie sie. Deswegen werden Sie gesetzend. Wieso hast du es mir nicht gesagt? Du machst mir keine Angst, Tilli Danitz. Tilli Danitz, du hast mein Leben sehr bereichert. Ich denke, du könntest einen Mann sehr glücklich machen. Du könntest in diesem Anzug heiraten. Weggeschnappt von einer alten, heiratsfähigen Jungfer oder einer Hexe.